Was geht ab? Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich die gute Marie pranken. Ich bin gerade in ihren Minecraft-Account eingeloggt und Marie ist gerade duschen. Und sie meinte, sie will gleich an ihrem Haus weiterbauen. Und naja, ich werde jetzt erstmal auf den Server joinen und mal schauen, was denn so aus dem Haus überhaupt mittlerweile geworden ist. Ich muss dazu sagen, ich hab's, ich kenn's bis jetzt noch nicht. Sie hat wohl auf jeden Fall ein bisschen dran weitergebaut. Oha, ey, das sieht ja mal, das ist ja, also, also, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Was? Oha, da muss ja echt, da muss ja echt viel gebaut haben. Alter Verwalter. Ich werde jetzt auf jeden Fall, ähm, das Haus hier gleich mal zerstören. Und gleich, wenn sie wiederkommt, wird sie das Haus, ähm, in einem, tja, in einem zerstörten Zustand vorfinden. Ich bin schon gespannt, wie sie darauf reagiert. Ich werde das Haus natürlich vorher kopieren. Wisst ihr was, das mach ich einmal. Okay, ich hab das ganze Haus jetzt auf jeden Fall mal auf mein Grundstück hier gepastet. So. Und dann gehen wir mal zu dem Haus. Wisst ihr was? Ich schau mir das Haus einmal kurz an, bevor ich das jetzt hier zerstöre. Was hat die denn hier gebaut? Die kann ja mittlerweile, die kann ja sogar besser bauen als ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich irgendwas im Internet angeguckt hat oder so. Oha. Es sieht echt, es sieht echt richtig gut aus hier. Also, da muss sie echt lange dran gebaut haben. Oh Gott, dementsprechend wird ihre Reaktion sein, wenn sie sieht, dass das ganze Haus zerstört ist. Ich muss mich auch, ähm, eigentlich beeilen. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie noch weg ist. Sie wollte sich auf jeden Fall hier gleich wieder hinsetzen und weiterbauen. Hier geht's auch nochmal runter. Also, jetzt mal ganz im Ernst, das sieht echt richtig gut aus hier. Oder was meint ihr eure Meinung zu dem Haus mal in die Kommentare? Also, das, äh, sieht schon echt krank aus hier. Und was ist hier? Jungs, Jungs verboten. Okay, hier ist noch so eine kleine Chill-Aunch. Ich dachte gerade, was ist denn hier? Was ist denn hier drin? Jungs verboten. Warum Jungs verboten? Aber okay, okay, okay. Alles klar. Mein größter Schatten. Okay. Alles für die Frau von heute. Okay, hier sind noch ein paar Rüstungen drin. Okay. Ich glaube, dann legen wir doch jetzt mal los. Ich mach das Ganze einfach mal mit World Edit. Okay, dann lege ich jetzt mal los. Zack, 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 zack. So, zack. Oh mein Gott. Sie wird so, sie wird so ausrasten. Oh mein Gott. So, klack, 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 klack. So, ich würde sagen, ein bisschen, ein bisschen lassen wir hier noch stehen, oder? So. Das sieht doch schön so aus, oder? Was sagt ihr? Machen wir hier noch ein Loch rein? So. Hier auch noch. Das hier machen wir auch noch weg. So. So. Oh Gott. So. Hier drin auch nicht vergessen. So. Ja, das sieht doch, sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? So, dann können wir hier noch mal ein bisschen, ein bisschen Lava hinmachen. So. Oh mein Gott. Okay. Jetzt werde ich folgendes machen, okay? Ich werde jetzt... Ähm, erstmal das hier nehme ich aus dem Inventar raus. Und dann werde ich jetzt einfach disconnecten. So war das hier offen. Ich war niemals hier. Und, ähm, ich werde die Aufnahme weiterlaufen lassen. Und dann werdet ihr gleich, äh, die Live-Reaction von Marie sehen, wenn sie sieht, dass ihr gesamtes Haus zerstört ist. Okay. Psst. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dein Haus? Ja, guck mal. Was ist das? Warum? Hä? Guck. Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Hast du ihm jemandem Rechte gegeben? Sehe ich doch, was könnte ich da jetzt. Ach du Scheiße. Was ist denn da passiert? Oh Gott. Hä? Oh nein, das ist voll scheiße. Ich habe mir voll viel Mühe damit gegeben. Digga, das hat mich so lange gekostet. Was ist das für eine Scheiße? Oha, das ist ja richtig kaputt. Nicht ernsthaft. Oh nein. Oh nein. Oha, das habe ich noch, ich habe das noch gar nicht gesehen. Das ist ja voll gut geworden. Ja, hm. Ja. Ja. Wäre noch besser, wenn es nicht zerstört wäre. Hä? Aber die hat doch da bestimmt jemandem bei geholfen, oder? Nein. Doch, Sehe. Ah, ah. Vielleicht haben die das kaputt gemacht. Das ist ja richtig scheiße. Oh nein. Toll, jetzt habe ich das alles wieder von vorne aufgemacht. Super. Hm. Sag mal her, das kann man doch bestimmt wieder reparieren, oder? Ja, das ist ja. Oh Gott. Ah gut, ich glaube, da kann man nicht mehr viel reparieren. Oh Mann. Ich höre dir, Enrico hat dir doch geholfen, denke ich mal, oder? Aber der macht das doch nicht kaputt. Und sonst hast du niemandem Rechte gegeben? Nein. Das Ding ist, ich kann da auch nichts machen. Ich kann das auch nicht wiederherstellen, oder so. Oh Mann. So cool. Warum lächelst du? Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Nein, honestly, was hast du gemacht? Kann sein, dass ich das gewesen bin. Jetzt guck mich nicht so an. Alles ist gut. Ehrlich. Wie, das ist, das ist nicht alles gut. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020